Wir können das auch so hinbauen, da hätten wir da eigentlich ganz gute Ansatzwege. Das für später. Niedrige Prio. Das ist eine der wenigen Sachen, die ich immer auf niedrig priorisiere, weil das dauert noch ein bisschen. Die Kies-Geschichte, da könnte man uns überlegen, ob wir das einfach instant verkaufen. Aber Bruchstein ist das ja eigentlich nur. Und Bruchstein ist, glaube ich, so gar nichts wert. 3,5 Rubels. Ich weiß nicht mal, ob wir da überhaupt die Kosten für den Sprit decken können. Und wenn, dann ist der Verschleiß von den Fahrzeugen da auch nochmal problematisch. Müsste man sich überlegen, aber ich glaube nicht. Vielleicht für ein bisschen Einkommen könnte man drüber nachdenken. Aber, ja. Na schau, hier wird doch auch schon ordentlich reingelegt. Das ist natürlich auch eine elendlange Leitung, die hier ist. Das braucht zum Glück fast nichts an Arbeit, das ist gut. So. Hier stehen ein paar Arbeitskräfte, okay. So. Ich sehe die Stadt schon stehen und irgendwann wundert er sich, warum er keiner in der Schule ist. Ja, na ja. Was willst du machen, ne? Ganz schön viel Betrieb zu dem Kieswerk. Äh, Bruchstein, Kiesgrube. Das Schlimme ist, da ist ja noch niemand. Machen wir auch ein niedriger Priol, schicken die Leute mal weg. Können wir mit weniger Leuten arbeiten? Ja. Macht da mal ganz, ganz wenig Low Budget und so. Die Spielsession ist auf länger angelegt, von daher, ja, ja. Wir haben Zeit. Wir haben gar keinen Stress. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen, ähm... Ich habe da in dem Moment nicht geschalten gehabt, wo ich die Einstellungen vergeben habe, dass wir in diesen Realismusmodus gegangen sind. Dass wir tatsächlich nichts bauen können. Das habe ich am Anfang ein bisschen unterschätzt gehabt. Aber, ja, na ja. So ist es halt. Und dann leben wir jetzt damit, dass es so eingestellt war. Ich meine, das könnte man sicher vielleicht irgendwie nur umstellen, aber ich will das gar nicht. Jetzt, ich finde die Challenge gerade extrem schön. Das Auto ist schon 35 Kilometer gefahren. Okay. Dafür, dass wir hier wirklich noch nicht viel Strecke haben. Ja, wie gesagt. Mir geht es jetzt hauptsächlich darum, mal verschiedene Möglichkeiten aufzubauen, um erste Standardeinkommen zu generieren. Das ist, glaube ich, jetzt gerade für mich so der Kern des Ganzen. Ich will jetzt schauen, dass wir ein bisschen Möglichkeiten haben, sei es durch den Strom und so weiter, darum erstmal so ein bisschen, so ein bisschen Einkommen zu haben. Da wir hier oben jetzt schon eigentlich ready sind, das ist schon geil, dass wir hier oben schon fast fertig sind. Wir müssen natürlich jetzt eine Versorgung aufbauen, eine Grundversorgung erstmal. Dass hier mit der niedrigen Prio trotzdem so viele Leute hergeschickt werden, ist mir natürlich auch erstmal etwas unangenehm. Weil es viel zu viele Leute hier sind. Und warum... Ah, ich weiß warum. Ich bin ein Kamelzwerg. Ich habe eine Sache komplett vergessen. Und zwar... Abgedeckte Ladefläche. Das brauchen wir doch, um mechanische Teile zu transportieren. Davon brauchen wir in der Regel nicht ganz so viel. Zwei Tonnen und so finde ich gar nicht so wenig. 4,7 Tonnen klingt für mich fast günstig. 3,5 klingt aber eigentlich perfekt. Machen wir mal so im Gelb. Mal nur zwei, dann haben wir noch zwei Platz. Wofür sind eigentlich die Dollar? Das sind ganz einfach... Du kannst auch Sachen für Dollar kaufen. Also wir könnten ja auch Fahrzeuge für Dollar kaufen, aber wir haben keine Verbindung zum Zollamt gerade. Du kannst auch mit dem Westen handeln. Du bist quasi... Du musst nicht mit dem Ost... Also quasi mit dem... Sagen wir mal Warschauer Pakt handeln. Sondern du kannst auch mit der NATO-Grenze handeln. Das geht genauso. Und dann kriegst du da halt Dollar raus. Kannst auch andere Fahrzeuge kaufen. Und die kannst du dann anders einsetzen. Auch wieder. Manche sind besser, manche schlechter. Das ist immer so eine Frage. Grundsätzlich ist es halt, in Rubels ist die Währung schwächer zumindest wirtschaftlich gesehen. Das sieht man auch immer, wenn man Sachen verkaufen will an der Grenze. Dann wird es meistens mehr in Dollar. Kriegst du mehr Geld raus für... Mit dem Klassenfeind! Ja. Kann ich das? Warte mal. Ich kann das doch auch abschalten, oder? Ich schalte das Ding mal komplett aus. Da soll niemand arbeiten. Das ist das Zwerg... Warte. Zwergbrett. Ja, morgen früh sieht man das dann. Was diese Anzeige hier unten zu bedeuten hat, verstehe ich noch nicht ganz. Dieses Blau, was heißt das denn? Kann mir das jemand sagen vielleicht? Diese Anzeige in Blau oben, wo meine Maus ist. Das checke ich noch nicht ganz, was das mir eigentlich sagen will. Warum das Tiefblau jetzt ist. Ist das vielleicht Kältewelle? Nee, oder? Macht keinen Sinn. Müsste dann hier stehen. Tag? Nacht? Ach, das ist Tag-Nacht, oder was? Das ist Tag-Nacht-Wechsel. Das Tiefblau ist quasi die Nacht. Oder? Wahrscheinlich. Zwergbrett. Gut. Ja, haben wir wenigstens schon mal irgendwas klargestellt hier. Schaut hier unten aus. Ah, da kommen jetzt auch... Ah, guck mal. Jetzt kommen endlich mal Lieferungen hier auch an. Na, jetzt ist das hier mal bereit zum Bau. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum wir unsere Fahrzeuge hier keine Leute holen. Das ist natürlich ganz klar. Ihr wart... Ne? Die können nichts weiterbauen. Deswegen schicken die da gar niemanden hin. Das ist natürlich auf der einen Seite cool, weil die warten dann halt auch wirklich auf das. Auf der anderen Seite ist es natürlich weniger cool, weil das bringt dir halt auch nichts. Ach, guck mal, das Rohr ist hier schon fertig gebaut. Ach, cool. Okay, das ist komplett angeschlossen. Also wäre es, wäre das Gebäude da. Deswegen haben die sich da auf dieses Geschichte hier so total raufgestürzt, weil, ähm, naja, hier geht wenigstens ein bisschen was. Und der Rest wartet hier eben auf gerade elektronische Komponenten und solche Sachen. Und das geht halt dann nicht mehr vorwärts. Aber das ist okay. Das sollen die ruhig machen. Das ist für mich fein. Ich überlege mir gerade, ob ich Zwischenlager bei Zeiten aufbauen soll. Diese Grenzgeschichte wird ja nicht ewig gehen. Wir könnten hier natürlich Zwischenlager mit Verteilzentren bauen, dass die immer von der Grenze versorgt werden. Ähm, gerade auch wenn später dann hier, oder das müssten wir dann hier vorne eigentlich noch machen, dass wir hier in diesem, in diesem Teilbereich hier so eine, so eine Bau, so ein richtiges, so eine Bauwirtschaft reinbauen. Vielleicht sowas in die Richtung, oder? Maybe? Keine Ahnung, wir werden sehen. Lassen wir das Ding mal hochziehen, das wird, wird noch ein bisschen brauchen. Aber dann könnten wir eigenen Keys herstellen. Dann müssten wir halt tatsächlich damit schon mal umgehen und sagen, okay, unsere Kipper holen allesamt, ja, holen kein Zeug mehr von der Grenze, kein Kies mehr, sondern holen das aus der Eigenproduktion. Dann können wir natürlich unsere Kosten entsprechend ein bisschen senken. Wir sind jetzt schon wieder bei 24.000, das ist natürlich nicht wenig. Warte mal jetzt, ganz kurz. Ähm. Er hier. Wo fährt er hin? Okay, er fährt, er fährt mal dahin, wo, wo wir tatsächlich auch was brauchen. Das ist sehr gut, das heißt, ich hoffe, da kommen jetzt Baustellenfahrzeuge. Weil hier ist jetzt der Abschnitt für die nächsten zehn Tage schon fertig. Ja gut, das war wirklich ein taktisches Versehen. Du brauchst echt alle Fahrzeuge am Anfang, ähm, um hier wirklich auch aktiv die Baustellen bedienen zu können. Das habe ich einfach nicht mehr auf dem Schirm gehabt, das ist einfach zu lange her schon. Das ist ein Stadtgebiet. Ein Stadtgebiet. Mal gucken. Hier kommen jetzt wieder Arbeitskräfte an, das ist sehr schön. Warum denn dahin jetzt? Wie so einfach? Weißt du, ich habe das doch schon auf niedrige Priorität gemacht, ja? Es fehlt ja auch Haufen Zeug da. Warum wollt ihr denn dahin? Baut alles andere als das? Naja, wenigstens das ist ja eine gute Sache, ne? Hier unser Wasserbrunnen. Da kommen ja auch weitere Fahrzeuge. Matumi, grüß dich! Wieder da! Tops Nase! Ja, wir kommen zurück. Matumi, du freust dich auf Workers. Bist du hyped? Oh ja, jetzt geht's rund. Jetzt geht's rund. Jetzt können hier so viel fertig gebaut werden. Bei Zwergbrett. Ja. Dein Sägewerk. Zwergbrett. So, der will zur Wasseranschlussstation. Okay. Ist hier oben, ne? Ja. Die bauen das wahrscheinlich instant fertig, oder? Und wie schnell das gebaut wird. Wahnsinn, oder? Ja. Jetzt muss Ziegel, Bretter und so weiter her. Mit dem Bauabschnitt, der jetzt fertig wird, wird natürlich auch weiteres Zeug angefragt. Das macht die Sache nicht billiger, was wir hier machen, ne? Gestern, äh, im Oktober waren's, äh, 24.000, was wir ausgegeben haben. Viel für den Import. Der Import ist das, was am meisten Geld frisst, ne? Äh, die Fachkräfte sind ein Ärgernis, dass wir die natürlich auch bezahlen müssen. Äh, aber es ist natürlich unterm Strich trotzdem sehr, sehr, sehr teuer. Oder, wenn man, oh, da gibt's neue Wagen. Äh, es ist trotzdem unterm Strich sehr, sehr teuer, Sachen, Rohstoffe zu importieren. Ist immer am teuersten. Vor allem, wir importieren ja nicht nur irgendwelche banalen Sachen, sondern auch elektronische Komponenten. Die sind einfach teuer. Aber wir brauchen's halt, sonst kriegen wir's nicht hochgebaut. So, jetzt machen wir uns mal kurz Gedanken um ein Fahrzeug. Und zwar hätte ich ganz gerne einen Schneepflug, der hier schon mal bereitsteht. Und auch im besten Fall betanktermaßen bereitsteht. Ähm, um sich bei möglich einsetzendem Schneefall wenigstens um die, ähm, bisschen um die Verkehrslage zu kümmern. Komme ich nun Landwirtschaft? Landwirtschaft, wir sind am Bau. Wir sind am Bau, Traubsnase. Sagt die, wie's ist. Aber das ist auch, das ist momentan eher nur Alibi zum Verkaufen, ne? Also zum, zum Raushandeln. Dauert auch noch eine ganze Ecke. Aber die Brücke ist schon mal fertig. Das ist schon mal was. So, was haben wir hier? Ja, fehlt noch 51 Tonnen Beton hier. Das kann man mal vernachlässigen, glaube ich. Hier kommen Ziegels an. Schön. Ja, da wird unser Brunnen auch bald startklar sein. Dann gibt's erstmal Wasser hier in der Leitung, sobald's Strom gibt vielleicht. Aber auch da fehlt noch ein bisschen was. Das, was wahnsinnig lange dauern dürfte, ist diese Geschichte hier. Wobei, das ist auch okay mit 72 Arbeitstagen. Das ist jetzt nicht die Wucht, ne? Na, jetzt schauen wir mal. Wo willst du hin? Abwasseranschluss, das ist hier oben. Ja, das bauen die mit sieben Leuten, geht das trotzdem schnell, ne? Das bauen die schon ganz gut. Der Anschluss selber ist da. Das Rohr auch schon fertig. Das muss nur noch unten an der Station angeklemmt werden. Und dann könnte das schon mit dem Abwasser funktionieren. Das sind arbeitswillige Genossen. Ja, natürlich. Natürlich. Jeder, der bei uns arbeitet, ist ein sozialistischer Freund unserer Republik. Oder so. Anders kann ich mir das auch ehrlicherweise nicht vorstellen. So. Jetzt schaut's jetzt aus. Ah, ist grad viel Betrieb hier auch. Schaut's hier drüben aus. Das wartet nur auf Leute. Daneben müssen doch nur Arbeitskräfte hin. Ah, hier unten sind wir fertig, oder was? Nee. Das schaut nur so aus. Hä? Why? Sieht fast so fertig aus, ne? Ich meine gut, viel fehlt auch nicht mehr. Um hier ersten Dreck reinzuleiten. Sind wir eigentlich bereit? Tickenausbau, ja. Da muss das Rohr noch angeklemmt werden. Das kostet noch ein bisschen. Ja, mir fehlt's hier gerade ein bisschen an Arbeitskräften. Was ist denn hier los? Umspannwerk, ja. Aber das Umspannwerk ist halt auch... Äh, ja. Gleich fertig, oder? Wie viel kommen die hier? Ja, 18 Arbeitskräfte. Was glaubst du, wie schnell das fertig ist? Guck mal. Jetzt jagen die in 20 Arbeitstage, jagen die da locker durch. Ja, guck mal. Das kriegen die jetzt aber fertig, ja? Wieder was abgehakt, ne? Das ist das Wichtigste. Dass unsere ganzen Bauabteilungen hier immer schön eins nach dem anderen abhaken können. Ich bin um alles, was die fertig machen, bin ich absolut dankbar, weil dann müsste ich darum schon mal nicht mehr kümmern. Das ist schon mal cool. Ja, hier wird auch viel gerade angeliefert. 13 Tonnen Ziegel sind noch auf dem Weg. Ist das schon drei? Ne, das können die nicht schaffen, oder? Oh nein, jetzt kommt Schnee. Null! MB! MB 2610 schenkt einen Sub an Tropsnase. Dankeschön, MB für den Verschenken an Tropsnase im 23. Monat, MB. Vielen lieben Dank. Ist ja völlig wild. Okay, wir brauchen vielleicht nochmal einen Schneepflug. War vielleicht knapp kalkuliert mit einem. Vor allem schneit sich das halt auch immer wieder zu. Dann fahren die jetzt wieder mit 12 kmh. Immer unterwegs. Ein zweiter Schneepflug bringt es vielleicht doch schon ein bisschen Entlastung bei uns. Weil es schneit ja immer wieder drüber. Das hilft ja nichts. Da ist der zweite Schneepflug. Der muss aber erst tanken fahren. Ah, je, 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 je. So. So. So, und er fährt jetzt wieder zurück. Auf der Strecke ist es halt super dämlich, ne? Der Tanke ist gut. Da wird er als erstes hinwollen. Und vielleicht fährt er dann in die andere Richtung hier weiter. Es wäre auch wichtig, dass sich einer um die Richtung kümmert und einer um die Richtung. Wir schauen einfach mal. Ja, er fährt auch in die Richtung rein. Okay, die Nacht kommt, meine Lieben. Aber unsere Schneepflüge sind dabei. Sie kümmern sich, Leute. Sie kümmern sich. Sie kümmern sich. Das ist nicht so viel, ne? Bringen die Leute dahin? Ja, tatsächlich. Fünf Arbeiter. Ja, gut. Dann geht da wenigstens ein bisschen was. Mein Ziel ist es ja wirklich mit der Geschichte, ähm... mit dem Bauernhof im nächsten Jahr anzufangen. Wie weit wir damit nächstes Jahr kommen. Ich wäre schön, wenn wir einfach eine Ernte zustande bekämen, die wir dann halt weiterverarbeiten oder aber verkaufen können. Maggie sagt gerade, ich finde die Musik halt hart, entspannt. Ja, mega, oder? Oder einfach... Ich kann halt auch schon nach 100 Stunden Worker singst du halt auch mit, ne? Bleibt dir nichts anderes übrig als das. So, hier wird noch die Abwasser... Der Abwasseranschluss, wo alle Häuser angeschlossen werden, muss hier noch fertig gebaut werden. Da fehlen noch ein bisschen Ziegel. Ein paar Arbeitstage. Nicht viel. Nicht die Wucht, ne? Ich senke das jetzt auch mal auf maximal 20 Arbeit... Also, sagen wir mal, vielleicht 10 Arbeitskräfte. Mehr muss hier nicht arbeiten. Ich will lieber, dass die Arbeitskräfte zum Beispiel in den Stromverteiler reingehen. Das wäre mir mehr wert. Dass wir da wirklich mit vielen Leuten arbeiten. Weil hier brauchst du halt auch Arbeitszeit, ne? 54 Tage. Oder hier brauchst du es auch, ne? Also hier 278 Tage. Wobei hier allein schon 100 Tage, ähm... nur im jetzigen Abschnitt fehlen noch. Muss man halt gucken. Hier unten sind sie auch bald, äh... bald besser unterwegs. Da können wir auch mal reduzieren vielleicht. Das ist jetzt für mich noch nicht wichtig am Anfang. Können wir später auch noch fertig bauen. Ja. Die Musik in dem Game ist echt gut. Ja, wenn du überlegst, dass das kein großes Megastudio ist, sondern dass die... Die haben, glaube ich, auch damals nicht damit gerechnet, dass Worker so hart durchgeht. Für mich einer der besten City Builder, die es aktuell auf dem Markt gibt. Wenn nicht sogar der Beste. War immer so. Aber ich brauchte die letzten Monate einfach mal wieder eine Ablenkung. Weil wenn wir eine Worker-Staffel starten, Leute, dann dauert die. Dann dauert das. Das ist nichts, was du innerhalb von vier Wochen fertig machst. Sondern da wissen wir alle, dass das mindestens ein Vierteljahr dauert, bis die Staffel, äh... ein Ende findet. Und das muss einfach auch konzeptionell bei mir reinpassen. Na, schön, wie unser Räumdienst kommt gut hinterher, ne? Die schaffen die Hauptroute hier tatsächlich freizuhalten. Ey, die schaffen es richtig gut tatsächlich. So, die Tanke wird befüllt. Das ist auch wichtig. Wir haben immer mehr Fahrzeuge. So, jetzt ist natürlich viel... An vielen Orten bei uns ist jetzt einfach gerade auch mal ein bisschen diese, ich sag jetzt mal, Weihnachtszeit angekommen. Weil wir brauchen jetzt im Prinzip überall nur noch Arbeitskräfte, nachdem fast alles hier beliefert worden ist. Ja. Da müssen halt da Arbeitskräfte reingebracht werden und die Baufahrzeuge oder die Zulieferfahrzeuge haben halt weniger zu tun dadurch. Ja, der hat sich jetzt ein bisschen eingeschneit, ne? Wie viele sind das? Ja gut, 51 Arbeiter sind vielleicht etwas übertrieben für den Ausbau gewesen. Okay. Also, halten wir fest, meine Lieben. Abwasser ist da. Es fehlt nur noch Trinkwasser. Das wird gebaut. Hoffentlich. Da kommen Fahrzeuge ran, ne? Ja, hier kommt einer. Ein paar Arbeiter... Ein paar Arbeiter finden den Weg hierher. 107 Tage ist natürlich ein Haufen Holz, ne? Das hat diesen spröden Charme. Leicht schmuddelig. Das ist schön. Und Strom fehlt noch. Ja, ja. Genau. Strom ist die nächste Baustelle, aber da kommt, glaube ich, gerade die erste Bebauung hier. Ja, ja, ja. Hier geht es schon los. Da wird... Da werden schon die Leitungen gelegt. Ja, mal gucken. Da sind wir schon. Hier, guck mal. Ja, wir sind... Die Grenze... Der Grenzstrom wird schon angezapft. Hat noch ein paar Meter, aber das ist nicht mehr so schlimm weit. Hast du nach dem Wasserbrunnen auch schon die Wasseraufbereitung? Äh, nee. Wasseraufbereitung habe ich hier tatsächlich noch überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich versuche, das mir gerade wegzusparen und kipp das alles hier unten in den Bach. Erstmal alles in den Bach kippen aus Sicherheitsgründen. Oder so. Ja, hier fehlt es an Arbeitern. Hier auch. Hier auch. Hier auch. Ja. Da kommt der nächste... Truppe mit... Äh... 50 Arbeitern. Da haben die natürlich weniger bekommen. 22. Hier sind sechs Stück drin. Der ist aber ganz gut besetzt, ne? Von fast voll eigentlich. Dann sind hier nochmal ein paar drin. A9. Wir haben halt da nicht unbegrenzt viele Arbeitskräfte, ne? Das macht die Sache gerade kompliziert, wenn die alle gleichzeitig losfahren. Na? So, schauen wir mal, wie viel sich das erholt. Ja, das geht schon. Wenn ihr jetzt so nicht wie unsere Bauämter hier wirklich innerhalb von Sekunden alles gleichzeitig reinschmeißt, ähm, dann wird's gehen. Kann ich das definieren eigentlich? Ne, ich kann das nicht weiter definieren, ne? Ich kann nicht sagen, warte bis voll oder so. Das wäre schon... Das wäre halt... Warte bis so viele Arbeiter drin sind, wie du halt willst, ne? Wenn du zehn auf dem Bau absetzen magst, dann warte halt auf zehn. Der andere muss halt 50 bringen, dann warte halt auf 50. Das wäre halt eine coole Sache noch. Ja, hier wird wieder ein bisschen weitergearbeitet. Hier fehlt auch noch ein bisschen Beton. Aber es ist meinetwegen... Da fährt einer gerade hin. Also, das ist, wie gesagt, Dezember ist jetzt fast rum. Ich... Wir müssen das Gebäude auch irgendwann mal fertig bekommen. Und da fehlt halt noch einiges an Arbeitszeit hier drin. Ich meine, ich bin da ziemlich dankbar drum, wenn die da Leute hinbringen. Hier kommen nochmal 21 Arbeiter. Schaut hier unten aus. Hier fehlt es auch noch mit Arbeitskräften. Aufbereitung für Trinkwasser. Ach so. 80% Wasserqualität ist trotzdem nicht so gesund. Ja. Das ist ja nicht für die Leute hier oben. Damien. Das, was hier verbraucht wird, ist ja für die Verarbeitung. Für die Produktion. Oder hier wahrscheinlich wird es dann genau dasselbe sein. Das ist ja... Wir haben hier niemanden, der wohnt. Hier ist das gar kein Thema. Das müssen wir unten in der Stadt, müssen wir die Aufbereitung denken. Jaja. Ich dachte, du meinst die Kläranlage. Entschuldige. Ich dachte vorhin, du meintest die Kläranlage. Weil das ist hier jetzt eher nicht so mein Ding. So. Da brauchen wir jetzt erst mal noch keinen großen Kopf drum machen. Ja, aber da hier keine Leute leben sollen, ist das ja quasi Wasser, was in die Produktion reingeht. Da habe ich jetzt nicht den Anspruch. Mindestens 90%. Ab dann ist es Trinkwasser für Bürger. Ja. Das kann man machen. Durchaus für die Zukunft auch. Sag mal. Ich habe doch in meinem Verteilzentrum gesagt gehabt, bitte betanke den Holzfäller-Posten. Aber da ist nie was angekommen. Ich meine, die ist am Ende egal. Wenn der leer ist, dann muss das Auto halt fahren. Aber hätte ich mir ja das schenken wollen. Nee, nee. Er soll ja im Holzfäller-Posten entladen. Das ist schon mein Ziel. Bei 30% soll da drin sein. Nicht unbegrenzt viel. Hier klappt es ja auch. Hier klappt es auch. Aber hier? Man sollte es eigentlich machen. So, der braucht Trinkwasser, Arbeiter. Strom. Strom ist halt noch. Okay. Oder weil der keinen Strom hat. Das könnte tatsächlich sein, dass wenn da kein Saft drauf ist, das ist dann schwierig. Hier ist der Bau gerade am Einschlafen. Warte mal. Wir müssen Import einstellen. Warte mal. Kann ich nicht sagen. Ach, warte mal. Ich muss das hier vorne machen. Import. Import. Ein Rubel hat es uns bisher gekostet. Okay, wir haben Strom drauf. Ja, und jetzt fährt er auch. Ich glaube, das ist schon okay. Okay, wir haben einen sehr geringen Stromkosten. Also wir sind da im Sparmodus, ja. Okay, wir könnten jetzt den Bus starten dafür, dass Holz produziert wird. Lass uns mal tun. Lass uns mal tun. Damit hier erstes Rohholz reintransportiert wird. Der Tank läuft auch. Das ist kein Problem. Wir holen Leute an der Grenze und bringen die jetzt hier zum Holzfällerposten. Maximal 10. Um hier dann ordentlich Holz zu schlagen. Mancher einer mag vielleicht dann auch hier reingehen. Da müssen wir mal gucken, ob das so klappt. Ich schaue jetzt erst mal, dass die anfangen damit. Vielleicht bauen wir auch noch ein paar Fahrzeuge. Irgendwie sowas. Taltin, wunderhübschen, guter Abend. Es ist doch genug Schnee da. Na klar. Nein, sagt auch guten Abend. Ja auch, Hallöchen. Ich bin gespannt. Wir sind mit unserem Ausbau jetzt eigentlich schon ganz gut vorangekommen. Kosten sind so okay. Schaut es jetzt aus. Wir haben Januar. Hier fehlt da noch ganz ordentlich was. Hier kommen, die holen erst Leute und die bringen Leute, okay? Ja, aber mit der Geschwindigkeit hier ist es natürlich ganz schlecht. Wenn die 18 fahren oder so, noch weniger, weil Zug schneit. da oben kommt, ah, guck mal, die ersten 3,6 Tonnen Treibstoff kommen hier oben an, um unseren Holzfäller-Posten mal richtig zu befüllen. Dann wird dieses Auto hoffentlich, ah, das ist eh schon voll, da sind 620 Liter schon drin. Schau schön. Da liegt schon ein bisschen was an. Gut. 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 So, dafür der Schneeräumer und dafür an unsere Arbeitskräfte. Sieben Stück. Die sollen jetzt, äh, in den Holzbetrieb ein, sich einfinden, ja? In die zwergonischen Holzwerke. Und sollen dort dann im besten Fall, wenn alles klar, gut geht, dürfen die dann hier mal gucken, ja? Ob wir nicht ein bisschen Geld mit Holz verdienen kann, mit Brettern. Bretter, 100 Rubels die Tonne. Ist natürlich auch aufwendig, das zu produzieren. Müssen wir mal schauen, ob sich das lohnt. Aber das könnte man mit so einem kleinen Verteilzentrum durchaus tun. Jetzt schauen wir mal, ob die Leute hier abspringen, wo die hinlaufen. Ah, manche gehen auch hier gleich zum Arbeiten rein. Okay, das ist natürlich eine andere Geschichte. Aber hier geht's auf jeden Fall los. Hier wird Holz geschlagen. 30 Tonnen liegen schon an. Okay. Wie gesagt, Wasser fehlt hier noch für die Weiterverarbeitung, aber ansonsten kommt schon 70 Tonnen Holz anwesend. Und da sind jetzt gar keine Arbeiter mehr da zu beladen. Das ist natürlich doof. Wir brauchen vielleicht noch ein zweites Fahrzeug, das hier gegenläufig fährt, ja? Wir erstellen, ja. Das ist Zollhaus Holz. Dann sollten wir mal gucken, weil die Arbeitskräfte ja relativ flott weg sind immer. Kaufen wir noch einen zweiten Bus. Was haben wir denn hier jetzt für Busse? 25, Leute. Das ist ein bisschen... Das ist eigentlich genau das, was wir eigentlich immer haben wollten. 30 Personen ist auch ein bisschen viel. Vielleicht ein bisschen zu viel, ne? Ich nehme noch mal zwei weitere Kleinbusse, nehme ich ins Sortiment. Und dann weisen wir die Fahrzeuge der Linie hier einfach zu. Nehmen wir uns gleich mit. Und das weisen wir denen zu. Und dann haben wir hoffentlich, wenn die sich gegenseitig halten, die auch Abstand. Ja? Dann müsste da immer ein Bus ankommen, der da Leute reinhaut. Das ist besonders auch dann wichtig, wenn wir das Sägewerk mitstarten. Und wenn hier ein paar mehr da sind, die hier noch am Aufbau helfen, soll es mir recht sein. Vielleicht später gehen die dann auch ins Kieswerk und arbeiten da. Das wäre auch an sich gut. Das dauert jetzt natürlich alles ein bisschen länger gerade, aber das ist okay für mich. Was haben wir hier gerade? Niemand, der arbeitet. Das ist natürlich auch so blöd. Ist das hier unten jetzt endlich mal fertig? Ne. Da quält sich noch so ein elend langsamer Bus hin. Hoffentlich gehen die nicht gleich wieder nach Hause. Aber dann wäre diese Baustelle endlich erledigt. Und da ist er erledigt. Die hat natürlich keinen Saft. Aber sie meckert auch nicht, dass sie keinen Saft hat. Keine Ahnung. Wir werden sehen, ob das funktioniert oder nicht. da stehen unsere zwei Busse drauf. Lass sie langsamer starten, weil die werden natürlich müssen, dann müssen sie automatisch den Linieabstände senden. Genau. Muss, erst muss berücksichtigt werden. Dann kann ich den anderen auch gleich losstarten. Und schauen wir mal, dass sie sich schön gegenseitig Abstand halten. Und dann haben wir hoffentlich im besten Fall hier oben immer eine Dauerproduktion laufen. Und in dem Fall sind schon 16 Tonnen Holz hier drin. Muss noch berechnet werden. Wasserqualität 100%. Weiß ich ja nicht. Wir sind hier ja gleich, dass unser Problem ist wahrscheinlich eher, dass wir hier gleich voll sind. Und wie schaut es jetzt aus? Immer noch Berechnung. Da kommt wieder ein Fahrzeug. Ja, lassen wir die mal eine Runde fahren. Ich meine, unsere LKW sammelt hier schon fleißig ein. Aber das fällen der Bäume, ja, das ist mir recht. Da kommen sie. Jetzt wird weiter gefällt. Jetzt hoffe ich wird... Ja gut, einer wird es jetzt nicht retten. Ah. Benötigte Zeit. 466 Sekunden. Länge des Abstands. Ein guter Kilometer. Das ist mir recht. Warten die dann da vorne? Wo sind denn da die Fahrzeuge? Da ist einer. Da vorne ist einer. Und einer kommt gerade. Okay, alles klar. Dann passt das. Ich meine, hier gehen auch viele immer in den Ausbau von dem Ding, ne? Die wenigsten leider in den Ausbau. Aber... Ah, Moment. Jetzt wird hier... Ah, okay. Stopp, 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 stopp. Ich will ja nichts sagen, ne? Hier wird gerade angeliefert. Das passt. Der letzte Bauabschnitt hier ist in Arbeit. Und weil das jetzt in Arbeit ist, kann hier auch mal was gearbeitet werden. Das ist genau das Problem gerade gewesen. Okay. Das ist natürlich mit einer einzigen Arbeitskraft. Jetzt kannst du vergessen, ne? Sind wir ehrlich. Der schafft das jetzt im Leben nicht, ähm... abzuarbeiten. Aber das ist so... Das ist für mich jetzt erst mal völlig in Ordnung. Trotz alledem noch. Ich frage mich bloß gerade, sind die hier so kraftvoll dran? 140 Arbeitstage? Geht so, ne? Ja, ich meine, das läuft schon. Das läuft schon, okay. So. Hier sind acht Arbeitskräfte. Das ist natürlich... Nö, wenig. Hier stapelt sich das Holz mittlerweile. Wir müssen das... Das wird schon automatisch rüber importiert. Wir kriegen es noch nicht weg. Dafür fehlt uns einfach noch hier ein bisschen mehr Stuff. Ich meine, das... Am Ende ist es nicht schlimm, ne? Auch wenn hier zehn Leute arbeiten, das macht die... Das graut hier nicht fett, ne? Also, man kann das am Ende trotzdem noch sagen, dass es, ähm... Die... Das Holz liegt halt da. Das muss dann nur noch geholt werden. Das ist ja kein Schaden für uns. So, hier arbeitet wieder einer. Aber der hat... Der kommt natürlich alleine auch nicht wirklich krass vorwärts. So, zehn tausend haben wir Fahrzeuge gekauft. Na ja. Ja, hier wird... Wenn dann mal Leute gebracht werden, dann geht das schnell, ne? Da ist der Bauabschnitt nämlich abgeschlossen. Dann können dann die nächsten Fahrzeuge ausrücken, um Zeug zu holen. Aber mir wäre der Bau eigentlich ehrlicherweise tatsächlich viel, viel lieber. Zwei auf der Baustelle können halt den, ne? Kriegen das halt nicht geregelt. So. Ja. Stück um Stück. Oder bauen die vielleicht da hinten schon irgendwas und ich weiß es nur noch nicht. Ne, das ist okay. Das hängt zwar... Da ist kein Baubüro dabei. Hier ist auch keins dabei, weil die oben noch voll sind. Okay, das ist okay. Das sollen die wirklich auch nur dann machen, wenn oben nicht mehr viel zu tun ist. Das finde ich in Ordnung. Er wird aufgeladen gerade. Das Kieswerk pausieren. Ja, ich dachte eigentlich, die Prioritätenverteilung haben sie mittlerweile gefixt. Das ging früher schon nicht. Oder zumindest hat es immer den Eindruck gemacht, als würde es nicht gehen. Also nicht. Ich meine, solange hier Leute arbeiten, ist das für mich fein. Aber jetzt kommen da auch mal Leute hin. Mal schauen. Ja, Shadow, ich weiß. Ich weiß, du kannst natürlich zum Holz fällen auch den Harvester nehmen. Den haben wir aber noch nicht. Der ist noch nicht da. Ich kann hier nochmal schauen. Holz. Nee. Der funktioniert noch nicht, weil wir noch zu bald sind. Wir sind erst 1961. Der kommt erst später. Ist aber kein Problem. Irgendwann kommt er und dann holen wir uns den. Der wäre auch sehr teuer, glaube ich. Gerade Fahrzeuge können sehr, sehr teuer sein. Gerade die großen, die sehr, sehr optimiert laufen. Da zahlst du normalerweise relativ viel am Markt für. Und wir geben gerade auch sehr, sehr viel Geld für den Ressourcenimport aus. Weil wir solche Sachen bauen müssen. Und ihr wisst, wie es ist. Workers kann erst dann gut funktionieren, wenn du die Masse deiner Importe löst. Gerade auch alles, was du hier hast. In der Regel arbeite, gut, das ist halt so. Das ist jetzt nicht schlimm. Ich fange mit Kies jetzt einfach mal an, um Kies mal zu besorgen und am Ende geht es dann durch. Am Ende werden wir für alles irgendwie dann was schauen müssen. Wir werden trotz alledem alles, was da hinten ist, noch mit unserem Import machen müssen, bis wir eigene Arbeitskräfte kriegen. Und vor allem, bis wir eigenen Strom kriegen. Der Strom ist tatsächlich entscheidender. Wir sind hier fast voll. Schauen wir mal, wie schaut es da aus? Sechs Arbeiter hier. Ja, das ist halt die Sache. Am Ende könnte ich noch sagen, wir wollen da nur fünf Arbeiter drin haben oder sowas, damit nicht so viele da reinwandern. Hier bauen halt auch noch Leute. Das ist halt auch dämlich. Dass hier Leute reingehen, ein Arbeitstag. Gut, das soll auch wurscht sein. Das ist gleich fertig. Die arbeiten das schon ab. Das ist schon wichtig, auch, dass das fertig wird irgendwann. Das sind nur langsam mit dem Holz überhand. Das müssen wir noch dringend auch etwas optimieren. 70 Arbeitstage noch. Wir sind hier im Endspurt bei dem Bauernhof. Ist auch wichtig, weil Februar schon ist. Sind die Arbeiter aus dem Sägewerk mit Absicht abgezogen? Ja. Weil wir hier oben kein Trinkwasser haben. Wir brauchen für das Sägewerk Trinkwasser, um die Maschinen zu betreiben wahrscheinlich. Und das ist dann, die können nicht, wenn sie wollten, arbeiten, weil sie kein Trinkwasser haben. Also sie haben gar keine Versorgung gerade. Außer Strom halt, klar. Aber solange das Ding hier noch nicht funktioniert, verschwende ich keine Arbeiter da rein, die dann nichts machen können. So war zumindest meine Überlegung in dem Konzept. Mal gucken. Hier kommen Arbeiter an. Ja, mal gucken. Wir lassen das mal, wir lassen das uns, äh, wir lassen uns das mal einfach mal ein bisschen so dahin, dahin laufen und schauen mal. Wie gesagt, wenn sie das jetzt fertigstellen, dann ist wenigstens wieder was fertig. Da bin ich jetzt gar nicht mal so böse drum. Hier wird auch kräftig um dieses Holzfäller-Ding abgearbeitet. Was soll dann die Buslinie? Die fällt jetzt hier schon mal Waldkapazitäten. Und sie bringt außerdem Arbeitskräfte, die hier auch noch am Bauer mithelfen. Hier zum Beispiel ist der Spannungsschalter fertig. Der muss dann nur noch angeschlossen werden. Also wir müssen hier nur noch dann den Strom mal irgendwann kappen. Aber ich will es jetzt, bevor wir den Strom irgendwo anders hinlegen müssen, wieder runter, ähm, würde ich ganz gerne mal das Laufen sehen. Und das fehlt nur noch 134 Arbeitstage am Ende. Mal gucken. Hier laufen auch Leute rein. Also hier wird auch durch die Buslinie ja gleich noch ein bisschen Arbeitskraft verteilt. Ja, jetzt sind auch mal ein paar mehr Leute da, 14 Leute. Das ist schon gut. Na, da geht das auch ein bisschen vorwärts. Langsam aber ein bisschen. Wie gesagt, mir wäre auch lieber, wenn da 50 Leute drin arbeiten würden. Dann wäre das in drei Tagen fertig. Aber, äh, so ist es halt. Blühsam ernährt sich das Zwergeichhörnchen. Und auch wenn der Bauernhof fertig ist, dann kann ich da schon mal Fahrzeuge kaufen. Das wird auch was kosten. Äh, wir können gucken, was der Bauernhof an sich an Zeug braucht. Vielleicht braucht er auch Sprit oder sowas, das wir ihm liefern müssen. Ich glaube, ja. Äh, ich hoffe kein Wasser. Wir werden auch hier ein Umspannwerk brauchen für die Lebensmittel und Alkoholgeschichte. Ja. Ah, es taut. Es taut, Leute, ein Grad. Gott sei Dank. Dann haben wir die Schneefluggeschichte nicht mehr und unsere Fahrzeuge fahren durchgehend gut. Äh, ja. Wie sieht es aus mit Land? Was meinst du, Tropsnase? So, hier kommen ein paar Leute. Gucken wir mal. Die kommen mit der normalen Buslinie an und werden nicht über die Baufahrzeuge gebracht. Ah, hier, guck mal, jetzt, ah. Let's go. Mit der Landwirtschaft, meinst du? Ja, wie gesagt, normalerweise wir müssten im Endspurt sein. Der Bus müsste es eigentlich erledigen. Sechs Arbeitskräfte? Ah, reicht noch nicht ganz. Reicht noch nicht ganz, aber die kommen, die werden fast fertig mit dem Ding. Und dann können wir dann Traktoren kaufen. Ah, hier kommen 87 Tage noch. Wo will denn der hin schon wieder? Ja. Ärgerlich ist, dass das hier so lange braucht, obwohl das Prio hoch ist, ne? Naja. Was soll's. Wir kriegen das schon fertig. Und dann können wir auch dann endlich das Sägewerk anschmeißen. Und dann können wir auch davon überlegen, ob wir dann direkt in den Verkauf starten von Stuff. So, jetzt sind wir fertig. Also, was brauchen wir? Es sind keine Felder zugeordnet. Das sollte kein Problem sein. Ich kann's auch manuell gleich machen. Dann haben wir das Problem hier nicht. so. Der Winter kommt. Nee, nicht ganz. Treibstoff muss aber hierher. Dann kann ich gleich schon mal unseren Treibstoffkumpel sagen, er soll hier mal abladen. Genau, er soll gleich mal Energie reinpumpen. Flüssigdünger haben wir jetzt leider nicht gerade da. Mal schauen, ob's auch ohne geht. Also, was brauchen wir denn überhaupt? Was brauchen wir denn überhaupt? Zeige mir als allererstes mal Aussaatmaschinen. Sagen wir mal, wir brauchen einen Traktor, zwei Traktoren. Dann einen Mähdrescher. Dann sind wir bei drei und dann könnte man noch drei Fahrzeuge nehmen. Abgedeckter hier für 5K. Der nimmt wie viel Pflanzen? 7,4. Der nimmt 10. Nach unten hin nehmen die halt dann immer weniger Pflanzenmaterial mit. Ich finde den eigentlich schon geil, aber ich finde den eigentlich preis-leistungstechnisch ist das egal hier. Wir warten noch mal mit der Ernte und dem ganzen Gestuff. Sind wirklich alle drei Felder zugeordnet? Ja. Wenn, dann nehmen wir den großen, ja. Aber da warte ich jetzt noch mit dem noch mal ganz kurz. Ich würde gerne noch hier eine Kleinigkeit ranbauen und zwar einen Kornspeicher. 5600 kann der große verbesserte Kornspeicher, aber der kostet 155 Tonnen Stahl. Das ist ein bisschen viel für mein kleines Zwergenherz. Das sind die richtig krassen Kornspeicher, die ja gemoddeten Kornspeicher, die halt richtig Kapazität haben. Da macht es halt auch Sinn, so ein Ding zu bauen, weil das ist nämlich richtig ätzend, wenn du das nicht hast. Aber so einen kleineren Kornspeicher vielleicht für unter 100 Tonnen Stahl wäre irgendwie nett. 3, 2 So wie der hier. Das wäre eigentlich eine ganz gute Sache. Sind auch zum Durchfahren geeignet, die Dinger. Optisch finde ich die einfach ansprechend, ne? Ähm. Genau, machen wir das mal so. Neuer Fahrzeugtyp ist verfügbar. Neue Autos. Genau, Landwirtschaft und von Landwirtschaft in Lebensmittel und Alkohol. Also quasi unser Plan ist am Ende so zu arbeiten eigentlich. Warte mal kurz, vielleicht geht das nicht, weil das nicht angepasst ist. Ja gut, wir können es auch erstmal eigentlich andersrum hinbauen. Also Alkohol ist ja eigentlich das, was wir hauptsächlich hiermit produzieren wollen. Musik Das hier zu bauen ist echt ätzend manchmal Musik Ich brauche eine Planierraupe Ja, wir lassen es jetzt mal bauen Das dauert ja lange genug jetzt schon Matumi, Prost Und der Ernst sagt auch Prost So Das schalten wir ab, das Ding Da muss jetzt gerade niemand arbeiten, weil wir liefern ja auch nicht So, hier sind wir im Endspurt, endlich So Gebäude hat keinen Strom, das ist natürlich richtig ätzend Das heißt, wir müssen das Stromnetz dann mal neu gestalten Ja, hier liefern sie schon gut rein Wir müssen halt jetzt Zackig daran, ne Ähm Da kommen die Fahrzeuge schon Sehen die dann trotzdem aus Ja Das läuft schon Die zwei Traktoren sind auf dem Weg zum Pflanzen Gott sei Dank Bis dahin können wir das Problem am Ende lösen Hier kommen auch die Bagger gerade an Und kümmern sich hier um den Aushub Kollege Ich bin die Jared Das sind die Bagger und stein Ich bin die Bagger Das ist die Bagger in der Bagger in der Bagger Bis zum nächsten Mal.